Ich begrüße euch ganz herzlich aus dem TSW4 von der Baureihe 193 in dieser EM-Sonderlackierung. Wir fahren nämlich heute diesen Sonderzug von Augsburg nach München, denn heute ist das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft in München. Und da haben wir den Auftrag, wir haben hier hinten einen Sonderzug hinten dran, dass wir Fans aus dem ganzen Land nach München runterbringen, damit sie rechtzeitig ins Stadion können. Und das machen wir hier mit unserer Sonderlackierung 193 zur UEFA Euro24. Eine wirklich unfassbar schöne Lackierung, die ich glaube fiktiv ist, ist aber aus dem Creators Club. Ich verlinke euch mal das Repaint zum Vectron auf jeden Fall in der Videobeschreibung, da könnt ihr mal reingucken. Ansonsten die anderen Repaints hinten dran auch alle aus dem Creators Club. Und das sieht wirklich unfassbar schön aus. Also da hat sich der Ersteller oder die Erstellerin sehr, sehr viel Mühe gegeben. Hier an den Seiten die ganzen Flaggen der verschiedenen Teilnahmeländer, die Spielorte Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Hamburg, Cologne, Gelsenkirchen, Dortmund. Und da fahren wir heute hin, München zur UEFA Euro. Hinten dran haben wir dann einen entsprechenden Vorpark aus. Hier auf verschiedensten Wagen haben wir diese Euro-Express-Wagen, Intercity-Wagen, IC79-Wagen und so weiter und so fort. Also verschiedenstes Zeugs, einfach all das, was irgendwie übrig war, was wir noch benutzen konnten für die Fußballfans. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht weiter, sondern fahren einfach mal los. Wir sitzen im Führerstand, rüsten einmal unser Fahrzeug auf. Einmal den hier und die Vorwärtsfahrt ausgewählt. Wir stellen uns mal das Ebola-Display auf dunkel, sehen, wir haben tatsächlich auch schon Fahrt. Es ist 13.22 Uhr. Wir versuchen natürlich möglichst ohne Verspätung und Verzögerung voranzukommen. So, AFB mal auf 40 eingestellt. Dann können wir einmal noch das Licht anmachen. Dazu gehen wir einmal hier rein, einmal runtergescrollt und bestätigen. Gehen wir in die Einstellung, erhöhen uns die E-Bremskraft auf 240 Kilo Newton. Und der Rest passt soweit. Wobei, PZB-Modus O hätte ich auch noch gerne. Pumps Art R ist in Ordnung. Zugbeleuchtung machen wir noch an. Und schalten uns die PZB und die LZB hinzu. Jawohl. Bestätigen das Ganze noch auf der AFB. In Realität kann man übrigens zwischen diesen Displays nicht hin und wechseln. Aber im TSW können wir das zum Glück. Finde ich ganz gut, dass das auch so ist. Und ja, dann einmal kontrolliert. Das Licht vorne ist dreimal weiß an. Auch wenn das immer ein bisschen komisch aussieht mit den neueren Fahrzeugen auf alten Strecken. Hinten zweimal rot. Wir lösen die Bremse. Lockbremse ebenfalls gelöst. Gucken wir noch einmal ganz kurz nach hinten, dass die Federsprecherbremse auch gelöst ist. Genau. So. Sie fährt das mal aus. Ihr kennt das Spiel. Und auf geht's. Ausfahren dürfen wir tatsächlich sogar schon mit 60. Dementsprechend befreien wir uns auch direkt. Stellen die AFB auf 60 und bestätigen das Ganze auch. Haben sowieso Ausfahrt, ohne eine Geschwindigkeitseinschränkung zunächst zu erwarten. Und unser Zug setzt sich langsam in Gang. Hier mal die verschiedenen Wagen zu sehen. IC 79 Wagen. Intercity. Euro Express. Sehr, sehr schön. So. Wir dürfen auch sogar schon 90 fahren. Das machen wir auch. Wir müssten eigentlich über die Schnellfahrstrecke geleitet werden, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das heißt also, wir können uns gleich ein bisschen auf LZB-Action freuen. Ich glaube, wir sind nämlich noch nie zusammen im Vektron in der LZB gefahren. Kann das sein? Ich glaube, das haben wir wirklich bisher noch nicht gemacht. Und 150 darf ab hier gefahren werden. Wir aktivieren den Zuglängenmesser. Stellen schon mal die 150 ein auf der AFB. Haben heute keine Zwischenhalte, auch nicht in Parsing. Also wer da in Parsing irgendwie dazusteigen möchte, sehr schön. LZB ist auch aktiv. Das heißt also, V-Soldsteller und Zugröpfsteller ganz nach vorne geschoben. Ja, in Parsing wird jetzt auch niemand hinzusteigen. Wir sind jetzt nicht dafür da, um die Leute aus München irgendwie zum Stadion zu karren. Sondern uns geht es ja darum, dass wir Fahrgäste, die aus anderen Städten kommen, hierher bringen. Auch vielleicht so ein bisschen die anderen Züge zu entlasten. Man möchte auch nicht unbedingt Fußballfans in normalen Zügen drin haben. Denn die Realität hat oft genug gezeigt, dass da teilweise doch sehr krass randaliert wird. Das ist jetzt auch leider kein Vorteil, sondern es gibt ja genügend Bildmaterial, das das leider unterstützt, dass Fußballfans, nicht alle, aber sehr häufig Fußballfans, dann Züge doch in einem sehr, sehr schlechten Zustand hinterlassen. Und deshalb ist es, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, vielleicht das Rollmaterial zu benutzen, das nicht sowieso im Plandienst unterwegs ist, einfach um, ja, nicht zu Zugausfällen und Störungen beizutragen. Denn das Rollmaterial muss ja dann erstmal repariert werden, gewartet werden, untersucht werden. Und das fehlt ja dann einfach im Fahrplan in den nächsten Tagen. Dementsprechend wird halt häufig bei solchen Fußballspielen auf Rollmaterial ausgewichen, das schon etwas älter ist, das sowieso nicht mehr unbedingt in Benutzung ist. Auch wenn es manchmal ein bisschen schade ist, um das alte Rollmaterial. Aber das wird es. So, ab hier sind es 160. Jawohl. Und die LZB gibt uns sogar 200 frei. Dann machen wir das auch. Ja, dieses sehr, sehr schöne Repaint-Assorten-Creators-Club, wie gesagt, auch sehr detailliert hier am Rand. Gehört der Siemens. Zulassung in Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz, Ungarn, Slowakei und Tschechien. Bremsanschriften. Also wirklich ganz, 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 ganz toll gemacht. Ich glaube, wir sind doch noch nie zusammen dann tatsächlich auch 200 km haben wegdrucken gefahren, ne? Haben wir bisher nicht gemacht. Ja, genau. Also unser Auftrag ist es, wie gesagt, Fahrgäste bzw. Fußballfans nach München zu bringen, weil heute Abend das Eröffnungsspiel zur Europameisterschaft stattfindet. in München, Deutschland gegen Schottland. Ich glaube, Anpfiff ist um, was denn, 20 Uhr, 21 Uhr? Irgendwie sowas, irgendwas zwischen 20 und 21 Uhr. 21 Uhr. Genau. Anpfiff ist um 21 Uhr. Bis dahin ist noch genug Zeit, aber die Fans müssen ja auch noch zu den Fanmeilen und zu den ganzen Partys und so, die ja vorher in der Innenstadt stattfinden und so weiter und so fort. Das braucht alles eine Zeit. Bis sie sich dann ins Stadion eingefunden haben, in die Allianz Arena, ist es ja ein ganzes, dauert es ja noch ordentlich. Und wie fahren sie bis zum Hauptbahnhof und von da aus, werden sie dann irgendwie weiter transportiert. Was ich letztens gelesen habe, ist, was ich super krass fand, dass ja zur Europameisterschaft die Länder und Kommunen finanziell, sagen wir mal, sehr stark belastet werden dadurch und dass sich die UEFA aber tatsächlich nur an einem Bruchteil der Kosten beteiligt und nahezu alle Einnahmen für sich selbst einbehält. Also kommt da auf die Kommunen, auf die Städte, kommen da sehr viele Kosten zu. Auch zum Beispiel so die ganzen Einnahmen aus irgendwelchen Getränke- und Essensverkäufen und sowas, auf offiziellen Fernmeilen, das geht einfach alles, ja, an die UEFA absurderweise und wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil maximal davon an die Stadt selbst, die ja die ganzen Kosten dafür trägt, die ja dafür verantwortlich ist, das Sicherheitskonzept und so weiter und so fort. Also alles so ein bisschen absurd mit der UEFA, aber gut, darum soll es jetzt hier nicht gehen, dass ich jetzt über die UEFA aufkläre. Da gibt es genug Reportagen und Material, das man sich dazu angucken kann, dass ich das Ganze, das sollte vielleicht an dieser Stelle einfach nur mal gesagt sein, jetzt nicht unkritisch aufnehme mit der UEFA selbst als Vereinigung. Klar, auf die Europameisterschaft freut man sich an und für sich, also kann man sich zumindest freuen, muss man auch nicht. Also wer kein Fußballfan ist, muss sich ja auch nicht darauf freuen, ist ja vollkommen legitim. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man alle Praktiken der UEFA toll finden muss. Das ist ja genauso wie mit der Bundesliga. Man kann sich ja irgendwie auf Fußball, auf die Bundesliga freuen, ohne den DFB toll zu finden. Das geht ja beides, das widerspricht sich nicht unbedingt. Und genauso kann man das ja auch mit der UEFA sagen, auch wenn wir jetzt leider das Logo der UEFA hier dick haben auf unserem Vektron. Das gehört ja leider dazu, das ist irgendwie Teil der Realität. Also soviel dazu, ich wollte es nur noch mal ganz kurz einmal kritisch eingeordnet wissen an dieser Stelle. Aber uns geht es ja dann eher darum, dass wir jetzt einfach unsere Fans sicher zum Fußballspiel bringen. Damit sie einen schönen Abend haben und sich freuen können. Wie war das 2006, die Welt zu Gast bei Freunden. Und das ist auch hoffentlich dieses Mal der Fall, dass wir Menschen aus allen Ländern feiern. Leute, die anders aussehen als die Norm, in Anführungszeichen, die im eigenen Land gilt. Denn wir sind am Ende alle Menschen. Und keiner ist irgendwie besser. Nur weil er oder sie aus einem bestimmten Land kommt. Ja, soviel dazu. Dann ist, glaube ich, die Message auch clear. So, was haben wir noch? Wir haben noch 38 Kilometer. Fahren ganz entspannt jetzt erstmal LZB bis, ich glaube, kurz vor Parsing. Das heißt also, wir haben jetzt eigentlich eine recht entspannte Fahrt sogar vor uns. Eigentlich könnten wir die Siefer anschalten. Machen wir mal die Siefer heute an. Ich habe sie jetzt gerade mal angemacht nebenbei. Mit Shift-Enter. Ja, gemütlich mit 200 hier im Vektron, im Führerstand. Sehr schöner Führerstand. Ich weiß, wir sind gerade erst Vektron gefahren im Nachtzug. Aber das hat sich jetzt einfach angeboten mit dieser Lackierung, die ich im Creators Club gesehen habe. Die fand ich einfach so schön. Und dann war es ja natürlich jetzt auch einfach passend mit der Europameisterschaft, dass ich jetzt einfach zweimal hintereinander im Grunde genommen den Vektron hier mal rausgeholt habe. Aber ich denke mal, die meisten mögen sowieso das Fahrzeug sehr. Von daher, warum denn nicht? Ich mag das Fahrzeug auch sehr. Ich finde wirklich, der Vektron ist einer der besten Loks, die wir im TSV eigentlich haben. Was den Sound angeht, was die Funktionalität angeht. Also da hat die TG wirklich alles richtig gemacht. Und da hoffen wir natürlich, dass die Expert 101 und der Steuerwagen und die 218 auch an dieses Niveau des Vektrons rankommen. Was ich aber TSG auf jeden Fall zutraue. Wir sehen auch hier immer, ich weise da immer wieder ganz gerne drauf hin, weil ich das so interessant finde beim Vektron. Wir sehen hier zum Beispiel gerade, dass Fahrmotoren 2 und 4 vor allen Dingen zugeschaltet sind, während Fahrmotor 1 und 3 hier ausgegraut sind. Die sind also in diesem Moment nicht gerade dabei, mit Leistung aufzuschalten. Ich denke mal, das ist wirklich der Tatsache geschuldet, damit die Fahrmotoren geschont werden und gleichmäßig belastet werden. Also ich denke mal, das wird auch gleich dann irgendwann umspringen zu Fahrmotor 1 und 3. Auch interessant, dass wir 16 kv haben oder 15,9 kv. Und das ist einmal die S-Bahn nach München. Wir müssen an dieser Stelle einmal ein Foto machen, dann haben wir das auch erledigt, weil hier ist gerade die Strecke so schön frei. Machen wir noch ein bisschen die Belichtung hoch und die Helligkeit auch hoch. Wobei machen wir die Belichtung ein bisschen runter und dafür die Helligkeit hoch. Also wirklich eine schöne Lackierung, oder? Wie gesagt, ich verlinke es hier im Creators Club. Dann könnt ihr auch sehr gerne mit der Lok rumfahren. Absolut schön gemacht. Kann man wirklich absolut nur den Daumen hoch lassen. Das geht gar nicht im Creators Club, da kann man gar keinen Daumen hoch lassen. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Huh? Eine Siegfahrtsvangsausende. Oh. Upsi. Ja, schalte mir die Siegfahrt auch lieber aus. Habe ich jetzt ausgeschaltet? Bremsen angelegt. Jetzt sieht die Siegfahrt aus. So. So, jetzt kann der Vektor mal zeigen, was er drauf hat. Volle Kraft voraus mit fast 300 Kilo Newton. Ziehen wir jetzt am Zug. Oh, ich glaube, die S-Bahn. Oh nein, die S-Bahn überholt uns. Ja, super. Wie schnell fährt ihr in? 130? 140 vielleicht sogar. Ja. 140. Ja. 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 Das ist ein so schönes Bild. Oder ich mag das so sehr, diese fliegenden Überholungen, wenn man mit annähernd gleicher Geschwindigkeit vorbeifährt. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen kurz die Leistung rausgenommen, damit wir das Bild noch ein bisschen länger genießen können. Das sind wirklich so die Stärken des TSW, so an dieser Stelle. Toll. So, wohin verschwindet die S-Bahn? Ich glaube, in die Unterführung. Genau, und wir sind einmal auf der Überwerfung. Ah ne, war doch gar keine Überwerfung. Ich habe jetzt, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen die Leistung rausgenommen. Huch. Was war denn mit so einem Schumabnehmer? Wir schauen mal, dass wir vielleicht beide einfach 140 fahren. Kann es sein, dass ich auf dem falschen Gleis unterwegs bin? Also, jetzt kommt die S-Bahn wieder. Machen wir mal. Also, das ist jetzt wirklich nur, um unsere Fans zu unterhalten. Nur deshalb. Moin. Wow, das ist so schön, oder? Ah, der fährt aber schneller als 140, kann das sein? Ja, wobei nicht ganz. So, die LZP sagt 160 voraus, in 6 Kilometern. Ach, also wirklich, Leute, ist das nicht, das ist, das ist so cool. Oh nein, der hat halt zu erwarten. Ich glaube, ich muss hier an dieser Stelle einmal ein Foto machen. Ähm, wie wir hier nebeneinander sind. So, diese Parallelfahrt. Ah, ich, ah, ich hätte gerne die andere Seite fotografiert. Ähm, ja, schade, weil der, der verdeckt jetzt im Grunde genommen unseren Zug, ne? Naja, gut, dann ist das so. Und tschüss. So, den lassen wir jetzt hinter uns. War doch gut, dass ich die Sifa vorhin angemacht habe, sonst hätten wir das nicht erleben können. Durch die Sifa-Zwangsbremsung. Oh, auch schön. S-Bahnen. Da kommt ne 143 mit Güterzug. Habe ich erst vor, äh, 2, 3 Tagen gesehen, ne 143 von einem Güterzug. Ähm, wirklich einfach schön. Und noch mehr Verkehr. Wahnsinn, also München-Augsburg ist doch gar nicht mal so übel, ne? Also ein bisschen, was ist doch schon los auf dieser Strecke? Man muss halt nur so ein bisschen Glück haben, wann man gerade hier unterwegs ist. Bremseinsatzpunkt erwarten. Ich nehme mal die Leistung raus. Und ja, ich denke mal, die AFB wird das... Oh, LZB-N, ne? Ausstitter. Signale und Fahrplan beachten. Klar, machen wir. So, die LZB bremst noch von alleine rein. So, sehr gut. Das macht sehr hervorragend. Ist wirklich schon LZB Ende? Anscheinend. 160 dürfen wir fahren. Gut, dann sind wir wieder auf uns gestellt. Aber ja, Tatsache. Also hier ist keine, kein Linienzugleiter mehr im Gleis. Dann ist das so. So. Wird ein bisschen gebaut. So, links sind wir wieder, da waren kurz Motoren, 2, 3 und 4. Jetzt sind es nur noch 2 und 4. Bis zum nächsten Mal. So, und einmal runter auf die 130. Das machen wir mit der Motorbremse, der E-Bremse. Um ein bisschen auch mal Leistung zurückzucken. 2000 Hertz-Beinflussung, Zwangsbremsung. Das war wohl ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Ja, hier, ne? Das tut der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Oder war da noch was? Ne, das wird schon der Magnet gewesen sein, oder? Oder war das hier vorne? Ne, das ist der Signalmagnet. Dann wird das hier vorne der Magnet gewesen sein, der uns angehalten hat. Oh, da kommt was entgegen. Das gucken wir uns einmal ganz kurz hier an. 143? Ich glaube, 143er sind eigentlich nicht so oft im Raum München unterwegs. Zug-Beeinflussung, Zug-Beeinflussung. Gut. Dann haben wir einmal die Fahrgäste gut durchgeschüttelt. Dann sind sie wenigstens wach. Aus ihrem Saufkoma. Ich hoffe, es hat sich keiner übergeben. So, wir haben keine Beeinflussung. Aber das ist immerhin ganz gut. So, wir dürfen 130 fahren. Ja, das passt so weit. Gut, dann fahren wir jetzt gleich an Pasingen vorbei. Haben wir hier am Bahnsteig. Da donnern wir einmal nur durch. Kündigen wir uns kurz vorher an. Und dann haben wir gleich auch schon unseren Endbahnhof erreicht in München. So, die 90 gelten nicht für uns. Oh, sehr schön. Eine S-Bahn auf der Überführung. Auf der Brücke. Oh, das mag ich dann immer, wenn man hier diesen Abschnitt befährt und dann sieht, wie viele Gleise hier sind. Das ist der Wahnsinn und was dann hier so in Realität alles los ist. Huch. Was war das denn? Da flog irgendwas. So, die Leistung können wir rausnehmen und bremsen schon mal langsam rein. Und dann gleich haben wir eh die Ankündigung auf 60. Da können wir vorher schon mal ein bisschen reinbremsen und dafür dann umso mehr E-Bremskraft benutzen. So, ist die Zugbremse hinterhergeschmissen. So, das ist die Zugbremse. Und da ist die Ankündigung auf 40. Aber ich glaube, Einfahrt in den Hauptbahnhof ist auch mit 30. Zugbeeinflussung. Ja doch, ja, mit 30 auf jeden Fall. Bei einem ICE-Werk. Ab hier gelten die 40. Das müsste dann, ist das die Hackerbrücke? Ich glaube schon, ne? Ja, sieht für mich da noch aus. Genau, die Hackerbrücke. Sorry, entschuldigt, ich komme nicht aus München. Wir lassen einfach nur rollen. Im Hauptbahnhof abgestellt oder breitstehend ein ICE-3. Und leider mehr nicht. Also München, wie gesagt, in Realität sieht das hier ganz anders aus. So, und wir fahren, ich glaube, auch das erste Mal hier auf diesem Kanal, auf einem Gleis weiter hinten nach hinten, nämlich auf Gleis 22. Das ist, glaube ich, so auch bisher noch nicht vorgekommen. Aber Freeroam, sei Dank, habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt, dass das ein Freeroam-Szenario ist. Also gar nichts aus dem Creators Club oder sonst was, sondern tatsächlich einfach selbst erstellt. Hier wird am heutigen Tag auch so viel mehr los sein, ne? Das zeige ich euch in Realität. So. Toll. Architektonisch, der Hauptbahnhof als Modell umgesetzt, wirklich sehr schön, ne? So, wir halten an. Und geben die Türen auf der linken Seite frei. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Oder auf der rechten Seite frei. Ja, okay, genau. Es invertiert die Türsteuerung. Aber die Türen gehen auf. Das ist auch hervorragend. Dann können unsere Fahrgäste aussteigen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Europameisterschaft heute Abend, mit dem Eröffnungsspiel. Falls ihr zuguckt, und wenn nicht, auch. Dann wünsche ich euch trotzdem viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht das gut. Tschüss und auf Wiedersehen.